Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rambo 6 Siege mit dem Timo. Hi. Auf Kanäle, noch immer locker. Let's do this, wo ist mein Jakal? Da ist Jakalala mit der wunderschönen Tarnung. Wunderschönen Spiel. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, um was es geht. So. Guck mal, Bambus rennt. Welcher Typ wird als erstes die Bambusleitung ablegen? Vielleicht sicher, ne? Das geht ja noch. Zum Glück keine Geile. Kanon. Ah jo. Ich war ja wie. Fended. Der Jäger. Und Schmuck. Okay. Ich und mein Jakalala sind die besten Freunde. Ja, jetzt darfst du meine Drohner kaputt machen. Jetzt hab ich viele Punkte gefarmt. 285. Hm. Da kaufe ich mir einen Kuchen. Schmuck piekt oben. Bei Kanäle. Oben Kontrollen Raum. Das wär geil, wenn ich die Institution Headshots verpasse. Hey, warum liegt das ab und zu? Dann hab ich zurück. Äh, Ping. Da ist manchmal der Ping, der hoch schießt. Kurz und wieder runter. Okay. Hm. Lass mal von oben rein, weißt du? Oder? Dann wär aufgeschlagen. Frost. Scheiße. Ja, der. Oh, mach Frost. Dann, da hinten bei dem mit. Richtung Dings Treppe. Was? Wie? Kapkan? Oh nein. Deine alte Liebe. Nein. Ich hab mein Videotitel. Dankeschön, Kapkan. Es witz. sein ja er frau der frau genau sichtweite nämlich in fünftiger doch kommt kiki genau richtig für die richtige kommt so ein schwuler kapkan macht man ganz ganz ruhig tütsch vor Ja, sie fährt, also, ja, jetzt, ja. Das kalt bestimmt richtig. Weißt du? Ich weiß ja, wie sich das jetzt so was anfühlt. Ja, das ist doch richtig geil mit Capcom. Ich freu mich gerade richtig, was mir nicht passiert ist. Oh, ist doch gut. Digga, musst auch Capcom. Du musst auch Capcom nehmen. Nee, Mann, ich will nicht Capcom. Du musst Capcom mit Capcom bekämpfen. Also, ich bekämpfe Puls mit Capcom. Puls regelt. Der hat einen fetten Fotoapparat bei sich und kann durch Wände Herzspiegel hören. Ja, kann ich auch. Soll ich dir was? Kannst du nicht. Klar. Hör auf zu lügen. Ich lüge dich. Hör auf zu lügen. Na, ich lüge. Was sagst du? Ich lüge. Ich lüge nicht. Doch. Du lügst. Du hast keine Kamera. Das ist ein Handy. Du spielst für Candy. Nein. Ich ne, ich hab deinen Lieblingscharakter. Guck mal, möchtest du Capcom trat haben? Nein. Du willst es. Komm schon. Klip. Der macht bumm. Ich hab mich ein bisschen vermint. Geil. Du bist zum Nienräumen. Nein, nein. Mileger. Abwehr. Ich muss mal häufiger mal die russischen Operator spielen. Ne, danke. Doch, doch, Capcom. Der ist so richtig schnuckelig. Timo mag ihn nicht. Ich mag ihn. Timo will am liebsten ihn schlagen. Oder macht auch... Oh, ne, jetzt bumm. Kommen wir zu mir hoch. Oh, ne, jetzt bin ich. Ah, ne hau es. Davai, Davai. Och, der hätte ihn gekappt, kann sterben können. Warte, nicht, nicht, warte, warte, warte. Chill. Chill. Wenn er rein droppt, kriegt er Kugel. Hagewelle. Watt, er läuft weg. Watt, ist mit dem falsch. Der läuft doch nicht weg. Die Bahnhof von unten. Ich setze den Sensor ein. Noch werden welche sterben, die tief. Ah, was? Ey, da hat ja schon drin einer. Nein, ich wollte gerade abdrücken. Och, regt mich das auf. Sie haben die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Sofort eingreifen. Lens der verbleibende Operator des eigenen Brustes. Die Mission gescheitert. Mann. Der größte Kacklappen spielt mit dem Schild. Plus Fuse. Okay. Was hat das denn? Was? Weil mein Herz zu drehen. Bruder, du brauchst doch nicht der Hetz in den Hals umzudrehen. Bruder, warte, warte, ich nehme mal Jackal. Ne, ich nehme die Bahnhof. Okay, Bruder, warte, 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 warte. Ich werde gleich wieder so fertig gemacht, die werden angeschlagen, die werden angeschlagen. 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 Geschlagen. Und die Koldüte da, ne? Och, na, die haben Kap kamen. Digga, weißt du, was das heißt? Ja, nicht reinlaufen. Du hast da auch eine Einsatz. Du hast frei. Nein. Das weiß ich. Ich mach auch einen Countdown, wie viel, wie oft du durch Kapkant stirbst. Nur in Best of Racer. Best of Ramos Sexych. Okay. Ja, nur für dich. bestimmt lustig garage ist einer ok weiter vorwegen falscher cord blockiert kommen nicht rein scheiß idee und da lassen wir außenrum folgt den fuchs ja brüste pucks 3 wie so ein panzer russischer panzer hier oben kapkan muss achten hier oben nicht gleich bummer deck mich gemein in den füße bereichlich unten alles weg wie sie alle hinlaufen gut ja nice guys guck mal ich troppe ganz müde nachgeladen sowas das ist gsg 9 dr da war ich okay Ok Komm Kapkan, nochmal eine Chance kriegst du Wenn du mich jetzt nicht glücklich machst, wirst du das GSG-9-Tinhaler verlassen müssen Aber das muss ich ja, Operator, ja schön Aber ich bin Deutscher, ich spiele eigentlich nur das, was Deutsch ist Generell eigentlich Der heißt nicht, Dominik, Dominik, ich heiße Boris Becker Ok, geil Ich werde gleich wieder so fällig machen Schmeißlock Schü, jetzt lass Nein, mein Name ist Timor Mach mal dein zukünftiges Intro Nein Nein Putain, ich fähne Ey, vorher die Drohne haben mir noch nicht zugekommen Aggressives Verhalten von denen Passives Verhalten Passives Verhalten Sicherheitsverhalten Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgut-Behälter schon garantisiert Okay, wir sind dort gespunen Nice Nice Blitz haben sie Ich wurde einfach erschossen Nein Ich wusste auch nicht von wo Er schießt mir in den Arm und ich kippe sofort um Ich hoffe, ich stirbst auf meinen Kappkamm tragen Vorne Der Rage Nein, das hätte so klampen können Aber er hat die Tür abgekämpt, der Sack Die Säcke entschuldigung Du weißt nicht wer das Wer die Steuern drehte Mit Das wäre so nice Es wäre so nice geworden Das hier mach ich perdone Das auch Mega nice Der Assi macht meine Kappkammtrat kaputt Hinter ihm kommt einer aber ist ja so Ne Da ist Kappkamm drauf In der Region sollte da nichts passieren Guck mal meine Waffe nach Messer ihn Ach schade Ich hoffe hat es euch gefallen Abonnieren Und liken wenn ihr wollt Und wir sehen uns in der nächsten Folge von der Rainbow Six Siege Hau rein Ciao Los Los